Hallo, hier ist Jörg und ich möchte dir ganz kurz etwas über den Worker's Cast, den ersten Podcast für Handwerksunternehmer erzählen. Worum wird es in diesem Podcast gehen? Ich werde jede Woche einen Handwerksunternehmer interviewen, der mir von seinen Ideen, von seinen Geschichten und auch von seinen Fehlern erzählt. Oder ich habe einen Experten vor dem Mikrofon, der zu relevanten Themen im Handwerk Stellung nimmt, also zum Beispiel die Notfallplanung im Unternehmen oder auch Zukunftstrends im Handwerk. Was ist mein Ziel? Mein Ziel ist es, dass du mit diesem Podcast richtig viele eigene Ideen kreieren kannst, dass du Inspiration mitnimmst oder auch, dass dieser Podcast ein Mutmacher für dich ist, wenn einer meiner Interviewpartner eine Situation schon gelöst hat, in der du gerade steckst. Was mir ebenfalls wichtig ist, dass wir mit diesem Podcast richtig, richtig viel Aufmerksamkeit für das Handwerk erzeugen. Das kann definitiv nie schaden und ist immer wichtig für uns. Wo kannst du diesen Podcast hören? Das Handwerk Magazin ist der exklusive Medienpartner meines Podcasts und deswegen wird jede Folge zwei Tage lang exklusiv auf der Homepage des Handwerk Magazin verfügbar sein. Und dann geht es in alle anderen Kanäle raus. Es wird auch eine spezielle Seite geben für diesen Podcast. Auch da kannst du ihn dir natürlich richtig gerne anhören. Alle Links werde ich dir, je nachdem wo du dieses Video gerade siehst, entweder über diesem Video oder unter diesem Video posten. Am besten ist es, wenn du diesen Podcast auf einem mobilen Endgerät hörst. Also entweder auf deinem Smartphone oder auf einem Tablet. Und ich habe dir zwei Videos nochmal gedreht, wo genau beschrieben ist, wie du diesen Podcast entweder, wenn du Apple nutzt oder wenn du Android nutzt, abonnieren kannst. Auch diese Videos habe ich dir verlinkt. Guck da ganz gerne rein und dann hoffe ich, dass wir uns ganz, ganz häufig beim Worker's Cast hören. Mach's gut. Ciao. Dein Jörg.